Freitag machen wir einen Beta-Test für ein komplett neues Format, das wir in Zukunft auch mit einigen anderen Gästen ausprobieren wollen bei Software-Architektur am Stream. Worum geht es da? Wir wollen einmal ein bisschen über die Werdegänge innerhalb der Software-Architektur sprechen. Also wie ist jemand zu dem Punkt gekommen, an dem er heute ist und was hat er auf seinem Weg dahin erlebt und gelernt? Genau, dafür haben wir uns eine Fragekarte noch überlegt und eine von den Fragen ist, was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Diese drei und noch viel mehr Fragen werden wir uns gegenseitig stellen und zwar am Freitag um 12 Uhr bei Software-Architektur im Stream. Also wenn du die Antworten hören möchtest, dann sei am Freitag live dabei. Und außerdem kannst du dann natürlich das Format, was wir dort in Zukunft machen werden, mit beeinflussen. Welche weiteren Fragen würdest du gerne stellen und wen würdest du gerne im Interview sehen?